Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tom, Bella, sie ist hier. Daddy? Hey, Baby. Oh, Bella. Du schöne Preacher vor vier Wochen. Philippinen basiert auf tatsächlichen Ereignissen. Mal wieder. Hier passiert alles auf tatsächliche Ereignissen. F. Und da ist er hin. Mother, wo bist du? Wisst ihr was? Ich habe wieder die Verdacht, dass der wieder auf hier Fenstermodus geschaltet hat. Irgendwie nimmt er immer wieder, wenn man eine Ladesequenz hat, aus dem Vollbildmodus raus. Finde ich auch. So, haben wir den schnell ausgelöst. Mit Sch... Ey! Junge! Ja, wenn du da rumstehst, kann ich... Mann, ja komm. War eine Scheißaktion nochmal von vorne. Ist klar, oder? Das geht so nicht. Sorry, Leute, für das... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach nur so. So. Besuch ausgelöscht. So, wohin jetzt? Noch den auslöschen. Gemacht. Okay, die Hütte da ist zusammengebrochen und wir werden jetzt hier decken finden, oder? Ja, mach doch! So, wohin geht's jetzt, hä? Wohin ist weiter? So, das war der. Fuck, Junge. Mit da noch Granaten, Junge! Ich bin am Arsch. Junge, ey, 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 ey. So, wir haben jetzt gerade den Notstand ausgelöst und... Leise war das nicht. Das kann ich euch verraten. Ich will aufstehen, so, und jetzt geht's weiter. Mein Gott, nochmals. Lampe, komm mal mitnehmen! Komm! Hat nix gebracht. Ne Runde nachladen. Was soll's? Hier drin ist niemand. Ach, schön. Gas, ja, da können wir jetzt ein bisschen, äh, kochen und so. Komm mal. Ja, wir gehen jetzt weiter. Ist hier jemand? Nö. So. Ich bin bereit. Jederzeit. So. Granate rein. Bin ich auch. Isabella Hotel. Drehst du mich hier ab? Ha, 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 ha. Zuerst mal die ab, abkappen hier. Ach so, das ziehen. Ja, ja, gut. Dann mal's hier so. Ja, schön. Dann wäre die Überraschung. Drei, zwei, eins. Lompa! Jetzt kannst du mal sehen, was ich hier drauf habe auf dem Kasten. Durch ein bisschen Wasser laufen. Schöne Wasser. Weg mit dem Ding. Kopfschuss. Granate. Hey, den hat's durch die Luft gerassert. Der sollte nur da bleiben. Keine Ahnung. So, wo ist denn der Nächste? Hier abgeblieben. So. Ich muss weg, meine Lieben. Wow. Äh, scheiße. Scheiße. Ey, woher schießen die alle hier? Jetzt hat's aber hier. Junge. Fuuuuck. Einfach so gestorben wieder mal wieder und, äh, neu machen. Ja, liebe Freunde, das war wieder von, äh, diesem Part. Das war eigentlich die letzte, äh, erste Verabschiedung, wirklich. Und, damit möchte ich sagen, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's play... Warfighter. 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 Warfighter.